Ich bin Kirsten, ich bin 29 B. Mein richtigster Alter verrate ich keinem, auch nicht euch. Und ich arbeite hauptberuflich in einer ganz tollen Biobackerei in Kiel. Durch die Geschäftsführung, die saß irgendwann mal bei mir auf der Couch und hat versucht, mich zu akquirieren. Ich wollte eigentlich erst gar nicht und war auf einmal doch Feuer und Flamme, würde ich es nennen. Vertrauen in ein ganz tolles Projekt und ich hatte einfach wieder Lust aus mir rauszukommen und irgendwas Tolles zu machen, machen zu können, was ich gerne möchte, zu eskalieren, Horror zu machen, Leute zu bespaßen und mein eigener Herr in einer kleinen Rolle zu sein vielleicht. Ich hatte eigentlich gar kein richtiges Casting, würde ich sagen. Für mich war von Anfang an eigentlich eine kleine Rolle als Amaro im Servicebereich vorgesehen, als Eingangsdame ein bisschen und vielleicht auch ein bisschen als Kassel. Schon mit einem kleinen holländischen Akzent, aber es kam irgendwie alles anders. Nein, im Gegensatz zu vielen anderen habe ich eben kein Gruppen, Theater, Schul, AGs mitgewirkt, sondern nur ein bisschen Erfahrung im Grusel-Labyrinth sammeln dürfen als schreiende Hexe im Eingangsbereich. In andere Rollenschlüpfen finde ich toll und ich hätte nie gedacht, dass ich so vielseitig bin. Also gerade die Rolle, die ich dieses Jahr spielen durfte, hat ja schon auch gezeigt, dass man ein bisschen was aus sich rausholen muss und nicht nur irgendwie normal reden muss, sondern vielleicht auch mal stottern darf. Ich war der Honk, der garstige, liebenswerte Helfer von Madame de Sopo. So, da wären wir. Gut, dass ich euch gefunden habe, bevor es jemand anderes tut. Ich, ich bin übrigens, ich bin der, ich bin der, ist auch egal, wichtig, es ist nur das Madame de, das Madame de Sopo. Oh, mäßig. Na ja, er hat seine Helfer quasi gesucht und mit denen dann zusammen das Portal zu öffnen und dafür brauchten wir den richtigen Schlüssel. Ich fand natürlich meine Rolle ziemlich lustig und von den anderen fand ich die Spielboden damit großartig und ich fand aber auch die Rolle des Mal fast toll. Den Text kannte ich auch ein bisschen auswendig, weil ich vielleicht eine Logelösung gewesen worden wäre und deswegen fand ich die Rolle auch super, aber es ist dann irgendwie eher in so eine lustige Schiene gekommen bei einigen Proben. Besonders ist, glaube ich, wenn es Rückführungen bei einem Schauspieler gibt, der eigentlich eine lustige Rolle hat und das gab es bei mir zweimal. Vielleicht nicht unbedingt nur durch mich bedingt, weil die Erschrecker in dem Lagerin vor mir einfach auch großartig waren, aber es ist schon lustig, wenn bei dem Honk zweimal so kurz hintereinander gefunkt wird, es gibt eine Rückführung. Also das waren so kleine Highlights und sonst sind immer wieder Highlights gewesen, wenn ich auch Leute erschreckt habe und manchmal auch mit Leuten im Meißladen. Ich bin meistens immer mit als erstes angekommen und als letztes gegangen. Das wäre die Kurzfassung. Die lange Version ist, ich bin immer sehr früh da gewesen, um mich mit meinen Kollegen auszutauschen. Wir haben uns dann alles zusammen geschminkt, haben meistens immer noch irgendwelche lustigen Fotos zusammen gemacht, die wir dann irgendwo posten konnten. Dann bin ich in Mais gefahren, hab mein Portal eingerichtet, geguckt, ob der richtige Schlüssel da ist und mich dann in Mais versteckt und auf die ersten Gäste gewartet. Irgendwann war auch der Abend irgendwann vorbei und ich bin meistens zurückgefahren in die Adobe und auch nicht sofort nach Hause gefahren. Ich habe mich abgeschminkt. Wir haben immer noch eine schöne Zeit gehabt und haben uns über Gäste ausgetauscht, über lustige Funksprüche. Manchmal gab es noch ein kleines Säckchen dazu und dann war ich immer sehr sehr spät zu Hause. Spät und sehr sehr glücklich. Ich liebe Horror. Ich liebe Horrorfilme, ich liebe Horrorhäuser, aber ich mag noch lieber Psycho-Sachen. Sachen, die in den Kopf gehen und nicht so mit großen Splattermomenten, sondern eher Psycho-Momenten. Unbedingt. Ich glaube aber die Rolle ist noch nicht geboren. Wobei ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Aber es wird irgendwas Tolles für mich geben und ich habe Angst. Ich mag Weihnachten und wünsche euch eine ganz tolle Weihnachtszeit. Auch wenn man jetzt denken würde, ich mag Weihnachten nicht so, weil ich aus Versehen ganz gerade umgeschossen habe und ein kleines Malheur hier veranstaltet habe. Ich wünsche euch eine ganz tolle Weihnachtszeit und viel Spaß beim Öffnen eurer kleinen Adventstürchen mit dem richtigen Süß. Kai? Sальная philosophe 8 Jahre 3 Angeles Bis zum nächsten Mal.